Hallöchen, was geht ab? Warte, wie macht das Vincent nochmal? Ich krieg das nicht hin. Hallo und herzliches, was geht ab? Und willkommen zu einer neuen Runde. Arma 2 Operation Arrowhead Armory 2. Ach, das war schön. Ausgereift. Ja, wir sind wieder heute ohne den Vincent. Der hatte leider keine Zeit, glaube ich. Das ist doch ein Pen. Und ja, wir, ich glaube, als ihr das gemacht habt, seid ihr auch nach Czerno geflogen und habt da ein bisschen Action gemacht, ne? Ja, ja. Aber du wirst gerade extrem leise. Ich fett leise? Ja. Warte mal. Nimm mal dein Mikrofon einfach ein bisschen, wie professionell. Nimm mal dein Mikrofon weiter zum Mund. Das geht nicht, die Sennheiser haben feste. So? Ähm, besser? Ähm, nee. Was ist da los? Hörst du mich gar nicht? So, Carlo? Ja. So ist es perfekt. Ich hätte hier das lauter gestellt. Alles klar. Ähm, ja, wir sind hier in einem wunderbaren Heli. Ähm, ich weiß nicht, Sebastian, fliegst du in ihm in Perspektive? Ja. Ja, dann seht ihr vielleicht noch mal in den Kopf. Ich sitze vorne drin als Ganner mit einem schönen MG und acht Helftfire-Raketen. Ein schöner, äh, starker Kreuz hier. Und, äh, Sebastian fliegt und das hoffentlich nicht irgendwo gegen. Ähm, hast du das Ziel markiert? Ja. Dann siehst du vielleicht, dass du so weit nach rechts fliegst? Nein. Ich fliege immer durch dieses Tal. Das passt immer richtig gut. Siehst du, und zack, schon sind wir genau auf der Linie der Stadt. Was hast du dir für eine Waffe geholt? Ähm, das ist egal, glaub ich. Versuch, den Heli abzuschießen. Muss der. Ja, noch nicht. Äh, I und Ian auch. Ich schieße Hellfire. Da oben. Da unten ist ein Panzer. Siehst du? LOL. Werden wir aktivisiert? Ja. Spring raus, spring raus. Was? Ich bin drauf. Obwohl, nee, ich schaffe es noch. Nee, ich weiß nicht. Ja, ich bin raus. Ich sehe irgendwie die Fallschule, oder? Ja, okay, dann kriegst du das nicht von alleine. Ja. Oh, oh, ich bin gerade... Oh, ich bin so kraftvoll. Okay. Oh, Lohus, ja, jetzt. Oh, jetzt ist ein Panzer. Oh. Fliegst du noch? Nein, nein. Okay, dann versuche ich mal, den Heli zu snipern. Habe ich ja bei dir auch geschafft. Nein, das schaffst du nicht. Nein, das schaffst du nicht. Nein, das schaffst du nicht. LOL. Ja, also, ja. Du musst dich immer genau konzentrieren. Also, nicht einfach sofort schießen und so, weißt du? Weil die Lungen... Ich habe nicht einmal geschossen, da war ich rot. Ja, ich habe auf jeden Fall Schüsse gehört. Bist du da jetzt in der Stadt? Ja, ich krabbel hier gerade. Ja. Alles klar, ich komme mit dem Heli... Versuche einfach nochmal hier hinzukommen. Ja, ich komme mit dem Heli nach. Ihr müsst wissen, ich bin in Arma nicht der Beste. Also, da ist eigentlich Sepp so eher der Pro, der alles umfährt. Also, weil du da versucht hast, alles umzufahren. Mein ist da und also... Ja, guckt euch auf jeden Fall die Let's Run in Folge an. Alle drei Parts bitte, guckt sie euch an. Die sind wirklich richtig wichtig. Und sagt doch einfach mal, was ihr wollt. Also wir sehen ja, dass ihr anscheinend meinen Colony-Part etwas mehr mögt als... Oh, oh, oh. Als oh, oh? Ja, war gerade ein bisschen eng. Ach, scheiße, muss mir das Ziel noch markieren. Ähm... Als alles andere, was hier auf dem Kanal kommt. Und, ja. Ja, Leute. Ein bisschen kuscheln, ne? Quatsch. So. Keine Ahnung. Jetzt aber. Oh Gott, ich hab... Ich hab... Es ist Heli zu fliegen. Fuck, Sniper. Oh, oh. Soll. Und ein Panzer. Ach, nice. Wir können nicht löschen. Vielleicht gewinne ich das Heli-Battle. Ja, ich komm auf. Also... Ähm... Sagt einfach, was ihr wollt. Wir sehen Minecraft, vielleicht wollt ihr auch andere Spiele. Bist ihr? Wir haben zwar noch eine sehr kleine Abonnentenzahl und so, aber... Wir wissen, wie ihr das meint. Bist du mit deinem Heli schon über der Stadt? Hm, ich bin... ...fünfeinhalb Kilometer davon entfernt. Ich versuch erst, den Heli zu kriegen von denen. Okay. Obwohl ich jetzt schon weiß, dass das hier viel wird. So, Adler 2 ist in der Luft. Sehr nice. Ja, also... Ja. Versuchst du gerade, fast fast mit einem Gesprächsthema zu finden? Ja. Merkt man. Da sagst du doch auch mal was. Mhm. Ja. Ich glaube, ich sehe dich voraus. Es ist möglich, dass, äh, in naher Zukunft, äh, zwei neue LPs kommen. Zwar zum einen. Ach, du hast den Jett. Ach, wir haben den, ähm... Ghost Freak und Phantoms. Was ich und wir sind ja schon in... Wo haben wir das angekündigt? In einem My Colony School. Oh la la, ist der Heli von denen. Okay, ich rede gleich weiter. Ich muss jetzt erst den Heli snacken. Ja, Alter. Das war's, das war's, das war's, das war's nicht. Das ist so schwer. Alter. Anni die Bedeutung mit mir auf, einfach. Dein Ernst? Sorry. Dein Ernst? Ich habe nur auch, sorry, ich habe auch das Gefühl. Oh nein. Das ist auch jetzt ein Gegner, oh nein. Oh nein, fuck. Okay, du willst Beef? Nein, ich will kein Beef. Ja, du willst Beef. Das höre ich, das höre ich aus deiner Stimme raus. Ich will kein Beef. Der kleine Sebastian will Beef. Soll er halt nicht bekommen. Ah, was? Ich will Beef, Mami. Dann bekommst du jetzt Beef. Oh Mist, oh Gott, ich bin der größte Trottel, den es auf der Welt gibt. Dein Ernst? Jetzt, es geht's. Du willst richtig Bier vor, oder? Yala. Ah, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Ah! Oh my god. Oh, oh! Oh! Hallo Sebastian. Was ist los mit dir? Sag mal, Carlo, was ist los? Hä? Nein, 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 oh! Oh, oh! Ah, schön. Sehr schön, sehr schön. So. Das hier sind kleine, trickreiche Dinger. Diese Dinger, die ich hier gerade habe, die sind so mies. Du holst eine kleine Spaßkugel. Nö. Ey, wo bist du denn in die Luft ge- Nein, da bist du. I'm then ready. Danke. Doch, du hast eine Spaßkugel. Na, Carlo, wo bist du? Hahaha. Wuuu. Mann! Aber guck, 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 guck. Da steht nicht Loboskidler-Wortmeister. Nein, kein Spawnkill. Kein Junge. Ja, du hast mich auch gerade am Spawnkill. Jetzt sind wir quillt. Anus lecken. Ja, du mich auch. Na! Ja, ich will das Spawn nicht. Alter! Wo sagst du drin? Ach, nirgendswo. Lol, ey. Ich sag's euch. Wenn ihr biefen mit Sebastian habt, ne? Der geht einfach so ab. Es ist einfach... Alter, ey. Ihr habt einfach keine Schnitte. Ihr werdet nach jeder Minute einfach sofort kappen. Ja, vor allem, man weiß nicht, wo ich bin, ne? Ja. Man weiß es einfach nicht. Ja. Man weiß es nicht. Naja, aber jetzt ist ja wohl ganz offensichtlich, wo ich bin, ne? Na, wo bist du? Dein Ernst? Ey, komm, mit Panzer doch nicht. Du hast daneben geschossen. Nein! Boah, erstmal in mich rein, Hauptsache. Fuck. Ja, komm, Alter, mit Panzer. Was willst du denn da machen? Ja, was lassest du denn drin? In einem normalen Teil. Mein Teil ist normal. Ja. Das ist auf jeden Fall nicht so krass wie deins. Na, aber wenn du richtig schön Ärger willst. Dein Ernst? Warum schlecht? Alter! Nein! Scheiße. Oh, oh. Du hast nicht dieses andere Teil, oder? Verdammte Scheiße. Fuck, Alter! Mann, ohne Spaß, wenn du im Panzer bist, das ist richtig behindert. Das ist das Einzige, was ich einigermaßen beherrschte. Ja, okay, aber ich krieg dich da schon in Ordnung, okay? Bleib einfach in deinem Panzer drin. Ich will gucken, was du schaffst. Okay. Was ist denn los? Ich will einfach nur gucken, wie weit du kommst. Mit deinem kleinen Panzerchen. Bist du, du Sack? Kleiner, schmieriger Sack. Nee, ohne Spaß. Du holst dir nicht den Kampfbus, oder? Doch. Nee, nee.